Völliges Chaos in der steirnmärgischen Landesregierung. Die ÖVP liegt in ihren Trümmern. Die letzten Zuckungen einer wohl gescheiterten Partei hier in der Steirnmärkte. Es ist die Frage, wie die SPÖ damit umgeht. Als Koalitionspartner sind sie verantwortlich für Stabilität in unserem Bundesland. Ich bin gespannt, wie sie reagieren. Für uns Weitliche ist klar, wir wollen arbeiten. Arbeiten mit einem Wählerauftrag. Deshalb Neuwahlen jetzt.